Jetzt machen wir einen Pizzateig mit wenig Zutaten, wo im Internet aber unglaublich viele richtig gute Bewertungen bekommen hat. Und den probieren wir jetzt mal aus. Brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Und die kommen jetzt alle in unseren Thermomix. Und als allererstes kommen rein 250 Gramm Mehl, Typ 405. Die wiegen wir jetzt ein. Danach folgt 150 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Salz und 2,5 Gramm Hefe. Also relativ wenig Hefe. Das sollte reichen. Insgesamt sind es 42 Gramm. Und das sollten 2,5 Gramm in etwa sein. Okay, jetzt machen wir den Deckel oben rauf. Und wir mixen das jetzt 20 Minuten. Das ist jetzt wichtig, damit er ziemlich schön homogen wird. Also 20 Minuten durchkneten ist unglaublich wichtig. Und das machen wir jetzt. So, das Klingeln hat uns gezeigt. Der Teig ist fertig. Also in der Küchenmaschine fertig. Der ist jetzt richtig schön durchgeknetet. 20 Minuten lang. Und den werden wir jetzt in einer Schüssel umfüllen. Das ist jetzt unser erster Teig. Der Pizzateig mit den richtig guten Bewertungen. Der ist richtig warm, aber das ist ganz klar. Der hat jetzt 20 Minuten. Der durfte jetzt 20 Minuten kneten. Wichtig ist jetzt, der wird jetzt abgedeckt mit einem Küchentuch, welches nasse ist. Das ist wohl anscheinend richtig wichtig. Das machen wir jetzt auch. Und dann lassen wir den an einem warmen Ort für zwei Stunden lang gehen. Und danach, nach den zwei Stunden, teilen wir den Teig einmal in der Hälfte, formen zwei große Kugeln raus. Und daraus können wir dann zwei Pizzen belegen. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.